Der Inhalt des Handschuhfachs ist für den cleveren Autobahn-Raudi entscheidend. Mit dem Straßenverkehrsrecht inklusive Bußgeldkatalog kann er jede Menge Geld und Ärger sparen. Beispiel Autobahn. Die penetrante Lichthupe und das aggressive Drängeln auf der linken Spur sind beliebte Klassiker. Aber die teuerste Variante beim Überholen. Wenn Sie auf der linken Spur jemanden wegdrängeln mit Lichthupe, dicht auffahren, droht Ihnen im schlimmsten Fall ein Strafverfahren wegen Nötigung oder aber als Geldbuße 250 Euro, 4 Punkte in Flensburg und 3 Monate Fahrverbot. Das muss nicht sein. Wenn es die Verkehrslage erlaubt, überholt der sportliche Rüpel einfach rechts. So kommen Sie unkonventionell und überraschend günstig ans Ziel. Wenn Sie jemanden rechts auf der Autobahn überholen, droht Ihnen eine Geldbuße von 50 Euro und 3 Punkte in Flensburg. Ihre Ersparnis gegenüber dem Drängeln auf der linken Spur? 3 Monate weniger Fahrverbot. 200 Euro gespart und einen Punkt weniger in Flensburg. Doch es geht noch günstiger. Vorausschauende Geldsparer nutzen auf der Autobahn die gesamte Tiefe des Raumes. Sprich, sie überholen über den Standstreifen. Das geht so. Oder als gemütliches Seniorenevent. Ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis auch für Rentner im Reisebus. Wenn Sie den Standstreifen zum schneller vorankommen benutzen, droht Ihnen eine Geldbuße von 50 Euro und einem Punkt in Flensburg. Ihre Ersparnis gegenüber dem Drängeln auf der linken Spur? 3 Monate Fahrverbot weniger. 200 Euro gespart und jetzt sogar 3 Punkte weniger in Flensburg. Doch es geht noch günstiger. Vorbild sind die Zivilstreifen von der Polizei. Die mit dem Blaulicht vorne drin. Das kann der Verkehrsraudi auch. Ist zwar illegal, macht aber Eindruck und die Bahn frei. Noch effektiver platzieren sie das Blaulicht natürlich auf dem Dach ihres Wagens. Das missbräuliche Benutzen von Blaulicht, was Sie als normaler Autofahrer gar nicht haben dürfen, wird mit 20 Euro geahndet. Wenn Sie das zum Spaß benutzen. Ihre Ersparnis gegenüber dem Drängeln auf der linken Spur? 3 Monate Fahrverbot weniger. 230 Euro gespart und, Achtung, 4 Punkte weniger. Das Blaulicht kann Ihnen zwar abgenommen werden, aber der Fachhandel im Internet bietet Ersatz. Diverse Hersteller liefern Leuchtmittel zum Schnäppchenpreis. Letzter Tipp, Blaulichter einfach auf Vorrat kaufen, denn der nächste Stau kommt bestimmt. Und jetzt das Beste, alles ist ja teurer geworden im neuen Bußgeldkatalog. Nur das illegale Fahren mit Blaulicht nicht. Ja, hier, kein Scherz. Hier ist die passende Seite aus dem Katalog, habe ich rausgerissen. Blaues Blinklicht zusammen mit dem Einsatzhorn oder allein. oder gelbes Blinklicht missbräuchlich verwendet, weiterhin nur 20 Euro.